Heute stelle ich euch Schießkästen vor. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschutz 9015 Sniper. Diana XR200, weiter auch HW100 Bullpuffer. Der Gangi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem heutigen Kurzvideo. Heute möchte ich euch Zubehör vorstellen, das ihr auf www.jabolo.de in meinem Shop bekommt. Und zwar geht es heute um Schießkästen. Schießkästen nutzt man dafür, dass man mit dem Luftgewehr draufschießen kann und dass die Kugeln in diesem Kasten im besten Fall aufgefangen werden. Dafür sorgen hier bei den Modellen, die wir haben, die gefederten Rückwände, die ihr hier seht. Die nehmen zum einen dem Schuss die Energie. Also das heißt, die nehmen der Kugel natürlich die Energie, dass die nicht so stark zurückprallt. Wenn eine Zielscheibe vorne dran ist, behaupte ich mal, wird der ganz, ganz, ganz große Teil alles hier in diesem Kasten bleiben. Ein zweiter Vorteil von dieser gefederten Rückwand ist, dass es um einiges leiser ist als Kästen mit einer starren Rückwand. Wir haben den Kasten hier einmal im Format 14 x 14 cm, einmal hier im Format 17 x 17 cm. Das sicherlich gängigere Format ist das Format 14 x 14 cm. Da gibt es auf dem Markt viel, viel mehr Zielscheiben als für den anderen. Aber die Geschmäcker sind verschieden, deswegen wollen wir euch beides anbieten. Natürlich bieten wir im Shop auch die passenden Zielscheiben im Format 14 x 14 cm an. Da gibt es zum einen die ganz normale Scheibe und dann haben wir noch ein paar Sniper Zielscheiben für die Scharfschützen unter euch, denen diese Ziele hier viel zu groß sind, die lieber so ganz, ganz kleine Symbole rausschießen wollen. Da bieten wir das noch an. Was die beiden Kästen noch haben, ist, dass sie auf der Rückseite hier ein Loch haben. Da könnt ihr es zum Beispiel dann auch aufhängen, den Kasten an einem Nagel oder an der Schraube. Ein recht unspektakuläres Produkt, aber sehr wichtig. Und wie gesagt, der Vorteil dieser gefederten Rückwand ist nicht zu unterschätzen. Deswegen haben wir den bei uns im Shop und empfehlen den auch. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mich einfach an ergandiediabolo.de oder schreibt mir einen Kommentar hier einfach auf YouTube. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Ciao, servus, sagt der Gandhi.